So, herzlich willkommen zurück zu ClickerHero Folge 25, ja, wie man hier heute schon sieht, Browser fleißig weitergelaufen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir hatten davor ungefähr 1 E20, das heißt, wir haben wieder ungefähr das Zehnfache geschafft. Ja, überhaupt sogar fast genau das Zehnfache. Gut, wir können aber noch einmal nachdrücken, das heißt, wir klicken erstmal, wir warten erstmal, bis wir vielleicht mal eine Kiste bekommen. Das würde dann zum Beispiel ungefähr... Komm, wir machen ein bisschen direkt mit Action hier. Das heißt, einmal du, einmal du, einmal du, du, du. So, was wir brauchen, ist eine Kiste. Eine Wunderform, schöne Kiste. Bitte geben Sie mir eine Kiste. Hallo? Ja, dann Kiste. Geht doch. So, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Okay, können wir jetzt mal los, jumpen hier. Jutchen, ähm, ja. Mal gucken, wie weit wir es noch bringen. Ha. Ich meine, jetzt haben die Filze alle ordentlich Laufzeit, alle mindestens zwei Minuten oder so, keine Ahnung. Was heißt, vielleicht schaffen wir es locker bis 2, E21. Das wäre natürlich apostrophisch geil und überhaupt genial und so. Ähm, ja. Betonung auf wenn. Oh, alter, der muss ich jetzt alleine schon wieder hier anstellen. Wir machen mal immer manuell weiter hier. Kann ich mal warten, bis die Kiste kommt. Jetzt zum Beispiel. So, jetzt können wir wieder weitermachen hier. Sehr schön. Na komm, wir müssen das mit 2, E21 schaffen. Nur dann bin ich glücklich. Hat sie nicht gerade 4,5? Jetzt haben wir nur noch 4,4? Wird ja weniger statt mehr. Oh nein, der erste ist raus. Das heißt, die anderen folgen auch gleich. Oh Gott. Tja, das heißt, 2, E21 schaffen wir definitiv doch nicht. Fuck. Ihr habt es so gehofft, habe ich. Aber leider war uns das nicht vergönnt. Danke, 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 danke. Ja, so, 4 Stunden irgendwas machen, 4 Stunden, 8 Stunden, irgendwas machen. Äh, ja, dann halt das. Und das da. Jutchen. Ich würde mal sagen, bereiten wir uns gleich noch die letzte, äh, oh, Goldtrick jetzt raus. Ach, das heißt, ab jetzt wird es schwierig. Ja, nee, wir haben nur noch das hier. Ist alles raus. Okay, gut. Na ja, 1,8 geschafft. Also 1,8 E4, 20, äh, E21. Was soll's. Oh, ein bisschen Click-Damage. Der, pff, Click-Start-Damage. Okay. Dann tun wir mal ganz kurz gucken. Unsere letzte Sension wird das jetzt hier. Okay, dann müssen wir nochmal richtig alles rausprügeln, was irgendwie, äh, Rang und Namen hat. Ave Maria Josef, äh, so, erstmal, erstmal alles auf 1 E10 machen, damit wir überhaupt erstmal wissen, äh, ob wir nochmal Grundbasis hier haben und so, äh, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oha, ganz schön teuer. Wobei, noch sind wir echt im guten Bereich, ne? So, aber jetzt wird's schon ein bisschen kritischer. Ich tue mal so sagen, 1 schaffen wir auf jeden Fall. Doch bei 2 wird's schon heftiger. Ah. Knarrisch, knirrisch. Doddy ist ja ganz schön teuer. So, jetzt hätten wir, wenn wir nochmal Alu um 1 erhöhen, dann hätten wir 7,5 E20. Das ist schon definitiv zu viel. Okay, jetzt heißt das lassen wir erstmal so, dann gucken wir erstmal wie die ganzen, ähm, ganz teuren Viechern, was sich da lohnt. Ähm, ja zum Beispiel, ach Gott, das ist viel zu teuer. Okay, wir kriegen also bloß die ganzen Viecher all auf 60. Äh, alles andere ist so teuer. Eine Schissor. Na gut, zur Not können wir nochmal gucken, ob wir hier vereinzelte, vielleicht auch auf Level 65 bekommen. Das dann aber wirklich nur da, wo sich es absolut lohnt. Ähm, das tun zum Beispiel heißen, ähm, ja eigentlich plus Admin. Eigentlich ist Admin der Einzige, wo sich das wirklich lohnt. Das heißt, wir machen mal so, 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 so und ja, so. Okay, mehr geht nicht. Mehr geht leider nicht. Muss aber auch reichen. Okay, jetzt haben wir ordentlich nochmal was rausgeprügelt, das haben wir alles. Die haben wir alles, also, die haben wir gar nichts, aber ist richtig so. Ja. Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als zu beten. Achso, siehst du, apropos, ähm, hier, unsere Kills bilden ja noch. Open all. Hup. Bitte einmal Alisant auf der Frostleaf. Dankeschön. So, das wird die Essention unseres Lebens. Unsere Leben. Runar, 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 runar. Ähm, ja, runar, 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 runar. Runar, 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 runar. So, jetzt gehen wir mal weiter hier. Runar, runar, runar. Runar, 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 runar. Honda, ich bin Honda, Honda, Fahrer, was, ist auch egal. So, wir müssen mal hier weiter gehen. Run. Da können wir nur mehr Arme drauf. Noch ein Arm, noch ein Arm, und noch ein Arm. Ei, 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 ei. Tja, und nächste Folge wird's ernst. Da ist es denn, gucken, wie wir am besten, äh, ne? Wie wir am besten die Weltherrschaft an uns reißen. Wird nicht schön, aber fein. So. Ei, 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 ei. Na gut, komm. Äh, jetzt mal hier wieder machen. So, so und so. Unser guter Amenhop. Boom, 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 boom. Sehr gut. Äh, komm jetzt hier. So, easy. Und ruf damit dir, warum fühlt ihr noch einer? Hallo, was ist hier los? Das gibt's ja mal gar nicht. Ja, okay, ja, und wie gesagt, hier, mehr geht hier nicht. Wir haben jetzt alles ausgeschöpft, was man irgendwie ausschöpfen kann. Das wirklich, das wirklich, das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, wäre, wenn wir sagen, okay, ist es sowieso unsere letzte Essentials. Das heißt, wir haben einfach alle unsere übrigen Heroes Holz für ihn hier. Dann haben wir zumindest auf die, die wir noch haben, noch mal 10% Bonus. Das bringt zwar genau gar nichts, wahrscheinlich, aber es ist zumindest für unser Gewissen, dass wir wirklich alles versucht haben, was in unserer Macht stand. Vorher mal gucken, ob wir vielleicht wirklich noch irgendwas machen könnten. Das ist alles nicht so fein. Können wir hier nochmal, also den könnten wir tatsächlich nochmal um ein Level erhöhen. So, das haut nochmal rein. Mehr geht aber auch echt nicht. Schau, und dann könnten wir einen von denen könnten wir auch noch erhöhen. Da mache ich einfach mal erstmal Gesamtklickschaden. Oder wir füllen uns ein bisschen ran und sagen, okay, wir machen 2,5. Das geht ja auch. So. Ich hoffe mal, das ist ein guter Kompromiss zwischen Sinnlosigkeit und absoluter Sinnlosigkeit. Gut, das muss jetzt so reichen. Mehr geht nicht. Absolut nicht. Gar nicht. Kein bisschen. Da die Scheiße. Aber gut. Was soll's. Ist halt so. Mindestens kriegen wir jetzt 73. Boah. Haben wir jetzt schon mehr als 100 Ancient Souls. Das heißt, zumindest haben wir den fürs nächste Transzenden. Erstmal haben wir ein paar schöne Ancient Souls, die wir dann hoffentlich auch gut einsetzen können. Und dann gucken wir halt. Okay. Ansonsten. Oh, ich hab vergessen zu maximieren. Ha. Ähm. Ansonsten. Joa. Bleibt uns auch nicht mehr allzu viel übrig, als zu sagen, Finna kreuzen und das war's. Gut. Dann würde ich nochmal sagen, Gott sei Dank, wir haben eine ganz schön kurze Folge. Na gut. Ist halt so, ne? Das war's mit dieser Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu der Transzension dann wieder. In der Sinne, Schauros mit DoS Vaurus. Bye, bye.